Hallo, hallo, hallo! Von mir und von wem noch? Alina! Du solltest eigentlich Hallo sagen. Achso! Du fragst von wem noch? Mein Name ist Alina. Okay, also hier sind Olli und Alina und wir machen wieder mal ein Unboxing und dieses Mal möchte ich mit euch den Trandoil den neuen anschauen und zwar das ist Trandoil zu Fuß und auf Pferd und natürlich schauen wir uns zuerst jetzt mal die Miniatur an die ich jetzt gleich aus der Box aushole und danach diskutieren wir kurz über das Profil und ob der sich auszahlt, dass er in eurer Armee mit aufnimmt. Gut, dann fange ich direkt hier mal mit dem Foto an. Ja, es gibt natürlich eine Sache die extrem störend beim Trandoil ist. Schatz, ich bin gespannt ob du das weißt. Was hat Games Workshop da verfuscht? Wie sieht man denn den im Film? Ja, auf so einem komischen Hirsch. Ganz genau. Seht ihr? Da fällt sogar jemandem, der mit Herr der Ringe nicht viel am Hut auf, da hat Games Workshop gefuscht. Das ist ein tolles Pferd, aber der muss auf dem Hirsch sitzen und der Hirsch muss ein Geweih haben, das muss über 27 Meter groß sein, oder? Damit er vier Orks gleichzeitig aufspießen kann. Ja, unabhängig davon, das Modell sieht bemalt extrem gut aus, finde ich persönlich und wir schauen uns das jetzt auch direkt mal in der Box an. Gut, ich fange mal an. Es sind mehrere Teile in der Verpackung drinnen. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Ja, ja, das ist extremst gefährlich, was ich hier mache. So. Okay, das hier ist ein Teil des Pferdes und das Gesicht ist echt klasse gemacht, also das sieht echt super aus. Schade, 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 dass das Pferd abgeschnitten wird, weil natürlich machen wir was. Wir machen alle einen Umbau. Der Piccolo Man Patrick hat das als erster gemacht, die Anja hat es auch schon gemacht. Wir setzen den alle auf einen Elch. Da gibt es die Waldelfenreiter von Warhammer, da gibt es Hirsche und da kann man den extrem gut draufsetzen und das machen wir natürlich alles. Aber unabhängig davon, ganz tolles Modell, also die Rüstung sieht echt richtig klasse aus. Ja, das ist die andere Seite. Und hier wird er dann direkt abgeschnitten und dann drangefügt. Jo, das ist der erste Gussrahmen. Das ist der zweite Gussrahmen hier. Und ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich bin gar nicht sicher, ob das der richtige Gussrahmen... Doch, das ist der richtige Gussrahmen, der auch noch zum Pferd dazugehört. Und die zwei brauchen wir natürlich an der Stelle dann nicht. Aber wir brauchen den Gussrahmen, wo auch noch ein Teil des Mantels und des Schwerts drauf ist. Natürlich jetzt, wie das bei Feinkast üblich ist, ist das Schwert ein bisschen verbogen. Was machen wir dagegen? Ganz einfach, wir nehmen heißes Wasser, also auf keinen Fall so biegen, da bricht das Ganze ab. Heiß machen, warm machen, entweder mit einem Föhl oder mit heißem Wasser und dann kann man das gerade biegen. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Ich musste das auch erst lernen, weil ich kannte halt Feinkast auch früher noch nicht, diese Resin-Modelle. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr da vorsichtig seid, damit das Ding nicht abbricht. Wir haben einen dritten Gussrahmen hier drinnen und das ist das Zu-Fuß-Modell und das gefällt mir fast noch besser als der auf dem Pferd. Also echt klasse. Hier so ein bisschen überstehend, das ärgert mich ein bisschen. Ich hoffe, da ist das Gesicht nicht verfuscht. Aber echt, das ist ein tolles Modell, da kann man sagen, was man will. Besteht aus vier Teilen. Wir haben zwei Schwerter. Warum man zwei Schwerter hat, besprechen wir gleich. Wir haben den Körper und wir haben hier so einen kleinen Teil. Ich glaube, das ist von der Schulterplatte hier bei der Rüstung. Ja, natürlich sind die Basis dabei vom Games Workshop, die ich nicht benutze, aber die kann man natürlich für andere Zwecke gebrauchen, wie zum Beispiel Szenario-Marker machen oder für unsere Bäume, die wir sehr stark benutzen. Ja, schauen wir zum Profil. Also ich muss sagen, das ist eins der besten Profile, die es auf jeden Fall im Spiel gibt. Jetzt nahkampfmäßig. Der Trandu kostet 130 Punkte. Er hat die Option auf dem Pferd. Wie gesagt, wir setzen ihn alle auf einen Elch. Exzellenter Reiter, Waldbewohner. Er hat Kampfkraft 7, was extrem stark ist. Ist wesentlich stärker als die anderen guten Helden. Eigentlich gibt es ganz wenig Helden, die so drei Heldentum, drei Wildkraft, drei Schicksal. Und jetzt kommt der Oberhammer. Der hat auch diese Klingenregel, die Tauriel zum Beispiel hat. Aber er hat den Klingenfürst. Und da ist es noch besser. Das heißt, wenn der Trandu nicht auf dem Pferd sitzt, sondern wenn er zu Fuß unterwegs ist, dann kriegt er schon automatische eine Attacke dazu. Das hat schon von Haus aus vier ein Profil. Und für jedes weitere Modell, das er attackiert, mehr als eins, bekommt er eine Attacke dazu. Das heißt, er kann im Idealfall, wenn er gegen sechs Modelle kämpft, hat Trandu neun Attacken. Und das ist natürlich der Oberhard. Da wird er eine sechs würfeln. Er hat K7. Da wird er den Nahkampf gewinnen und dann schnetzelt er alles kaputt, was irgendwie möglich ist. Zuzüglich kann er natürlich Truppen anführen, was extrem stark ist. Und die Düsterwaldelben sind gute Truppen, sind ähnlich wie Galadrim, sind gute Truppen. Das heißt, ein wahnsinnig starker Held, der auch ein tolles Modell ist. Natürlich muss man sich entscheiden, möchte man den Nahkampf Tranduil haben, das ist also eher aus dem dritten Teil, oder möchte man den zaubernden Tranduil haben, den Gips Workshop erfunden hat, der auch zu den besten Modellen im Spiel generell gehört. Die Entscheidung überlasse ich euch natürlich. Mir persönlich gefällt dieses Modell richtig gut und ich werde mir auf jeden Fall eine Truppe um den König des Waldlandreiches, so heißt dieses Modell, Tranduil, König des Waldlandreiches, werde ich mir aufbauen und dann auf jeden Fall auch mal mit in die Schlacht sehen bei einem Turnier. Ja, wenn euch das Modell gefällt, was macht ihr dann, Schatzi? Daumen hoch. Daumen hoch, ganz genau. Wenn ihr was zum Modell hinzuzufügen habt, dann nutzt die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Channel, wenn euch gefallen hat und natürlich könnt ihr gerne das Video teilen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.